Ich finde es macht Spaß, den Kindern irgendwie in leuchtende Augen zu bringen und man sieht ja wirklich jedes Mal, auch wenn es nur eine Unterschrift oder ein Foto ist, wie froh sie drüber sind und dass es so einfach geht, Kinder zu beglücken. Das hätte ich nicht gedacht und es macht einfach Spaß. Ich denke, man macht den Kindern auch eine kleine Freude damit und man weiß ja selber, jeder war mal ein kleines Kind und als sportlich begeisterter Junge freut es natürlich, wenn man dann mehr oder weniger seine Vorbilder dann sieht. Ich freue mich, wenn ich Leuten Freude machen kann und wenn es dann durch so welche Dinge ist, dann mache ich das natürlich gerne und ich opfer dann auch gerne Freizeit wirklich. Musik 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 Musik